Hallo und herzlich willkommen bei VoiceOver Cars News und bei Škoda kann man es vermutlich inzwischen auch nicht mehr hören oder lesen, dass Seat bzw. Cupra die sportliche Marke im Konzern ist. Was macht man da aber am besten? Die Fahrzeuge aufmotzen, frisieren und tunen. Start frei für den exklusiven Scala Edition S. Das S steht hier eindeutig für Stratmann, denn ich hätte es auch nicht schöner hinbekommen. Kleiner Scherz. Škoda Auto Deutschland hat zusammen mit der Tuning-Schmiede Upt Sportsline einen besonderen Scala für den deutschen Markt entwickelt. Der speziell abgestimmte 1,5 TSI Benziner leistet nun 140 kW, also 190 Pferdestärken, bei einem Drehmoment von 290 Newtonmeter. Na, wo sind die Experten? Richtig. Nach der Tuning-Core in der Facelift-Klinik gibt es nun nicht nur ein gestrafftes Äußere, sondern auch 40 Pferdchen und 40 Newtonmeter mehr Drehmoment. Mit Sportfahrwerk, welches die Karosserie nochmal um 15 Millimeter nach unten schraubt und einem Leistungsgewicht von nur 7,1 Kilogramm pro PS, soll das Sondermodell ein ausgesprochen agiles Fahrerlebnis bieten. Der Scala Edition S kann ab Anfang nächster Woche bei den Škoda-Autohäusern in Deutschland ab 33.790 Euro geordert werden. Das Sondermodell Škoda Edition S wird zunächst auf 500 Einheiten limitiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Abt oder Škoda sich hier die Butter vom Brot nehmen lassen und bei Bedarf nochmal nachlegen. Seine Eigenständigkeiten unterstreicht das neue Sondermodell natürlich auch optisch. Spezielle Front- und Dachkantenspoiler sowie ein Diffusorelement am Heck sorgen für den dynamischen Auftritt. 18 Zoll große Leichtmetallfelgen vom Typ ERC18 unterstreichen den dynamischen Look. Da der Scala Edition S auf den Scala Monte Carlo basiert, kommen schwarze Design-Elemente am Kühlergrillrahmen, an den Seitenschwellern und Außenspiegelkappen ebenso hinzu wie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Auf Voll-LED Hauptscheinwerfer und LED Heckleuchten inklusive animierten Blinkern zählen bereits zu den hochwertigen Ausstattungsdetails, die sich beide Modellversionen teilen. Geht es um die Karosseriefarbe, haben Scala Edition S Kunden die Wahl zwischen Stahlgrau, Black Magic Perleffekt und Velvet Rot Premium Metallic. Das Interieur zeigt sich ebenfalls betont sportlich, schwarze Stoffsportsitze und das Multifunktions-Sportlenkrad mit Lederbezug gehören ebenso zum serienmäßigen Lieferumfang wie die Pedalerie in Edelstahldesign und Dekorelemente in Carbon-Optik. In puncto Konnektivität verfügt der Scala Edition S über das Infotainment-System Bolero inklusive Bluetooth-Freisprecheinrichtung SmartLink und Skoda CareConnect. Mit CareConnect finden Service- und Sicherheitsfeatures Einzug in das Fahrzeug. Dazu zählen auch der Fahrzeugfernzugriff und viele weitere nützliche Assistenzdienste. Und natürlich spielt das Ding auch die komplette Klaviatur der Vernetzungsmöglichkeiten Apple CarPlay, Android Auto und 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 und. Aber jetzt schreit ihr dran. Was sagt ihr? Skoda Scala Edition S hot or not? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Denn ihr wisst es ganz genau. VoiceOver Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Ciao.